ich werde nun willkommen zurück bei Zeller Green of Time das war auf dem Weg zum Schloss jetzt gehen wir die Prinzessin besuchen was passt nicht so schräg es läuft ja nur so langsam meine Einstellung so schauen was damit das war nicht sehen sonst schmeißen sie uns raus hochklettern und wir springen rüber und nehmen hier den etwas feuchteren Weg um zum Ziel zu kommen denn wenn wir oben lang laufen dann sehen uns die Wachen dann schmeißen sie uns wieder raus, dass wir nicht so toll so ja hier pennt einer den müssen wir nachher wecken mit dem dem Ei was wir bekommen haben ich kann ja mal gleich die tisch nur ein Stückchen herschieben können wir das nachher nicht mehr machen öpp öpp so ja auch vielleicht davor die Kiste so weit bis es nicht mehr geht jetzt muss man warten bis es wieder mausen wird ja so lang damit auch zum Link nicht langweilig wird und das funktioniert wenn ich eine lange Wohnung stehen lasse dann fängt er an zu gähnen und ich weiß nicht ob das in diesem Zell da war oder ob das in einem anderen war das sich dann hinlegt und anfängt zu schlafen 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 vielleicht wird es noch was bevor es tag wird so und kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zu machen hallo wer bist du also ich bin Talon bis jetzt zu der Lohn-Lohnfarm ich war auf dem Weg zum Schloss um frische Milch zu liefern als ich mich kurz ausruhen wollte muss ich wohl eingeschlafen sein was Malone sucht nach mir da bekomme ich wieder gehörigen Auge ich hatte jedoch versprochen oh weia das läuft nicht gut haha jetzt bekommt Action haut ab ja Malone im letzten Video haben wir mit ihr gesprochen das war das kleine Mädchen von dem wir das Ei hatten so ja jetzt nehmen wir die Kisten denn wir müssen da rüber und das kleine Loch da einzigster Weg zu Prozessen Zelda uns wie die bösen Jungs einschleichen so hinten auf und rüber und hier hier hineinkriechen so Hallöchen Brückhof da muss man einfach schauen damit wir uns die Wache nicht sehen eigentlich nicht sehr schwer aber wie gesagt eigentlich da läuft es so dann können wir hier entlang so wenn der jetzt weiter läuft dann nehmen wir hier entlang da hinten ist sowieso blind das sieht nichts wenn wir schnell sind kommen wir auch noch durch ja warte und hier müssen wir warten und das ist ja der die schwerste Selle vom ganzen Burghof so klaff du auch weiter los tu es sonst geht nicht mehr bis zur Hälfte komm lauf bevor der andere von hinten kommt ja die Wache ist blind wie ja weiß Gott was und taub ja und jetzt können wir hier in den nächsten Bereich so seht mal da vorne steht Zelda bevor wir zu Zelda gehen möchte ich euch etwas zeigen und das war wenn wir hier in die Fenster hinein schießen dann dann schmeißt uns direkt eine Bombe an den Kopf und da schau dann da haben wir Prinzessin Peach und Mario wenn wir da reinschießen dann bekommen wir 20 Rubine so also gehen wir zur Zelda ja Nanu Nanu wer bist du? wie hast du es geschafft an den Wachen vorbeizukommen? ich kann zaubern oh was ist das? das ist eine Fee dann dann kommst du kommst du aus dem Wald? du du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes oder? ich meine diesen funkelnden grünen Stein nun hast du ihn dabei? na klar wie ich mir dachte ich hatte einen Traum daran überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule doch plötzlich durchschnitt durchschnitt ein strahlhelles hell boah stopp so jetzt doch plötzlich durchschnitt ein strahlhellen Lichts diese Wolken er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz das Licht verwandelte sich in einen Jungen der einen glitzenden grünen Stein in den Händen hielt ihn begleitete eine Fee ich weiß es war eine Prophezeiung dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde ich dachte du wärst es oh tut mir leid ich hab mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt ich bin Zelda Prinzessin von Hyrule schön für dich wie lautet dein Name? ich fühle etwas Link warum fragst du dann überhaupt wenn du sowieso fühlen kannst wie wir heißen sei zack er kommt mir so vertraut vor so sei es Link ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird du wirst das doch nicht weiter erzählen ok und somit sein muss dies ist die Legende das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen und sich verbargen es an einem Ort in Hyrule denn das Triforce hat die Macht die Wünsche dessen wahr werden zu lassen der es in den Händen hält die die rechtschaffenes Herz wohnen zeiten noch eingebaut es Würden Wünsche eines Menschen mit niedriger Gesinnung erfüllt, ja, würde Hürde zerstören oder irgendwie sowas. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforz von bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit Die Zitadelle der Zeit ist uns in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinende Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas. Boah, Leute, das ist echt eine Krankheit. Immer wenn ich aufnehme, muss ich die ganze Zeit gähnen. Und noch etwas. Nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Jawohl, haben wir. Wir wollen sie nicht nochmal hören. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken, ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Natürlich. Wir schauen uns an, wen wir in Stücke zu fetzen. In, ja. So noch ein paar Parts bis dahin. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Gennendorf, Anführer der Gerurus, die in der Wüste fernen Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Gerurle, in meinen Träumen einhüllte, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Gennendorf hat es oft nichts anderes, als das Trifhaus des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Gerole, nein, die gesamte Welt unterwaufen. Ah, muss ich wieder gähnen. Ich sag ja, das ist wirklich schlimm. Jedes Mal, wenn ich mich aufnehmen, muss ich gähnen. Link, wir sind die einzigen, die Gennendorf's Pläne dort kreuzen können. Bitte. Ja, machen wir. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann ohne den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Gennendorf in den Besitz des Trifhows gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbleibenden Heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Trifhaus suchen und mit dessen Kraft Gennendorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Lass Zellas Brief verträgt mit Prinzessin Zellas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn. Ja, das wissen wir. So, also geh mal wieder. Ah, wir wartet hier auf uns. Was ist denn das? Ich bin ein Paar. Eine Überlebende der Shika. Meine Aufgabe ist es, ist Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prophezeiung prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorstellung hat dich an diesen Ort geführt. Mit mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, was die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verborgen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Träge der Zellas Wiedlied ein. Ja, das machen wir. Oh je, ich werde so... Ich werde alle Lieder wieder vergessen. Glaubt's mir. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel in letzter Zeit auf dem 3DS des Öfteren gezockt. Und da sind die Taschen anders belegt wie hier und auch die Lieder mit den Taschen. Also da hat man nicht mehr die C-Knöpfe, wo sie schön im Kreis eingeordnet sind, sondern spielt da mit L, L und drei Stück von den Vieren vom DS. Und da weiß ich jetzt die Lieder so langsam, aber sicher auswendig, dass ich drücken muss. Ich hoffe, dass ich das dann hier auch wieder hinbekomme. Und dass sich die Lieder hier noch alle kennen. Tappere Jüngling, wir müssen Ruhe vor der Thronen-Apokalypse bewahren. Richte deinen Augen, Genossen. Dies ist der Todesburg. Das Reich der Geronten Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Im Fuße des Todesburgs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Gehe nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusch uns nicht. Nein, machen wir nicht. Ah, Hexe, verbrennt sie. Ich kann sie einfach wegteleportieren, katapultieren, wir armen. So, aber wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, ciao.